Das heißt erstmal, machen wir uns schnell... Ich, alle meine Dias sind weg! Dieses verfickte Drecks-Game! Ich, nee, 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 nee! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video! Heute gibt's mal wieder eine Runde Ender-Games, dabei ist der Jonah! Moin! Hey, was geht? Nicht viel! Nice! So, ich bin gespannt was wir auf die Reihe kriegen. Hoffentlich direkt mal ein bisschen so nice stuff. Direkt fünf Eisen, Jonah, läuft soweit. Hast du die mir geklaut? Waren wir nebeneinander? Was waren die bei mir am Ende? Ich weiß nicht. Was waren noch drin? Pfeile und Gold? Nee, nee, ich hab noch Kartoffeln bekommen und, äh, Fleisch. Ja, nee, komm, dann war's eine andere Kiste. Ich dachte, du hast mir die weggesnackt. Nee, nee. Aber Ender-Games ist ja Teamerlaubt, also theoretisch, wenn du, äh, in der Nähe von mir wärst, könnte ich... Ich lauf grad in die Wüste. Gut, da lauf ich nicht hin. Das ist nämlich auf dieser Map fatal, weil da findest du nämlich keine Bäume. Ja, ich lauf am Rand der Wüste. Ja, okay, aber wenn du theoretisch bei mir wärst, so in der Nähe, könnte ich dir, äh, vielleicht ein bisschen was abgeben. Wenn das dann wirklich wär. Brauch nix. Was hast du eigentlich für ein Kit? Äh, Känguru. Oh, nice. So, zack, ey. Das mit den Kits ist halt scheiße, die kosten halt 100.000 Coins. Man kann zwar jetzt in jedem Spielmodus so Coins verdienen, aber es dauert halt trotzdem Ewigkeiten, ne? Ist halt echt krass. Okay, Eisenschwert ist am Start, Leute. Schwimmen mal wieder hier, die schwimmen da rüber auf die Insel. Schwimmen wir schon wieder zurück. Und, äh, check mal direkt aus. Nächster Spieler, 22 Blöcke. Dies. Sag bloß, er ist da drin. Ja. Ich hab schon einen direkt, der steht in der Lava. Vor der Lava. Das ist direkt wieder so ein Hurensohn. Der meint, er müsste... Oh, nee, oder? Den hol ich mir, den hol ich mir. Bitte. Tja, hat wohl nicht so geklappt mit deiner Falle, mein Freund. Ich bin hier einfach in der Schutzzeit noch runtergesprungen und hab ihn gekillt. Digga, diese Leute, die sich vor Lava stellen. No joke. Wie kann man so pinnen? Es war ein Holzfäller noch, oder? Stand es da gerade im Chat? Holzfäller? Oh, ich hab einen. Hinten, wie ist einer? Oh, mate. Ich schreck mich doch nicht so. Oh, fuck. Das Ding ist, jetzt bin ich halt hier drin gefangen in der Schlucht. Ist nicht so geil, Leute. Hätte ich nicht machen sollen. Ich stell mich aber jetzt... Nee, komm, ich bin nicht so fies. Ich stell mich hier so hin. Okay, wurde getauscht. Nächster Spieler, 27 Blöcke. Hier. Lass mich in Ruhe. Oh mein Gott, halbes Herz. Lass mich in Ruhe. Den könnt ich mir aber holen. Oh. Und eine bessere Hitbox. Nice. Auch gegönnt den Spieler. Leute, was ist heute los? So viele Leute hab ich noch nie gekillt in einer Runde. Okay, es waren zwei Stück und das waren easy Snacks. Aber egal. So warte, wir haben direkt ein bisschen Eisen. Sieben Stück. Mache ich mir direkt mal eine Eisenhose. Das ist, denke ich, ganz praktisch. Feuerzeug lege ich mir hier runter. Mal schauen, ob es damit bringt, was zu kämpfen. Bogen ist zwar am Start, aber keine Pfeile. Ist auch soweit gut. Nächster Spieler, immer noch 70 Blöcke. Lebst du noch, Jonah? Ja. Das ist gut. Wenn wir uns treffen, können wir gerne etwas zusammenarbeiten. Bitte. Machen wir hier noch schnell ein bisschen Brot. Wer ist denn der nächste Spieler? Äh, der... Oh Gott. X25, jetzt der No Shorty. Er kommt sogar auf mich zu. This way. Fuck. Ich sollte mal hier raus gehen. Und ich sollte voll was essen. Ich hab das jetzt so gut wie gar keine Rüstung. Nächster Spieler, this way. Ah, hier vorne steht der. Oh fuck, bei mir ist die Schlucht. In der Schlucht. Da war ich am Anfang drin. Okay, ich wurde getauscht. Du bist ein letzter Spieler. Jona, 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 Jona. Ja, nice, nice, nice. Ich komm zu dir im Moment, warte. Äh, ich bin getauscht. Okay, ich schau hier grad auf. Oh, die hast du denn am Start. Äh, kann ich den mir snacken? Weißt du? Weißt du? Ne, keine Ahnung. 19... Er steht da drüben. Ich könnte mir ihn theoretisch snacken, wenn ich da rüber kommen würde. Weil er hat nichts, so wie es aussieht. Oh, ich bin an so einer Klippe, ey. Ich komm hier nicht gescheit weg. Oh. Nein, nein, nein. Oh, ich verrecke, ich verrecke. Nein, was macht er? Was tut er? Komm, komm, komm. Noch ein Hit, dann bin ich tot. Was? Er hatte noch 6 Herzen. Hä, was war... Suppenmeister. Ja, okay. Gut. Halt deine Fresse. Suppenmeister. Wenn er keine Suppen gehabt hätte, hätte ich ihn halt down gehabt. Aber okay. Ist umgelaufen. Jetzt beobachten wir Jona hier mal noch ein bisschen. Es sind noch 7 Spiele auf jeden Fall am Start. Wie viele Kills hast du schon? Du wurdest getauscht. Nein. Okay. Hinter dir, hinter dir! April, April. Lo, funny. Oh, lol, ist wirklich einer. Oh, was? Lol. Ich hab ihn gar nicht gesehen. Lol. Shit. Wo tapest du dich denn immer hin mit diesen Dingern, Alter? Weg! Weg! Ah, mein Dad fängt wieder an Rasen zu machen. Ist richtig geil. Während der Aufnahme. Ja, die kämpfen da. Digga, ja, da ist Techniker halt, ne? Das ist halt jetzt schon. Hm, fuck, ja. Wenn er die... Ne, der ist Känguru. Der ist Känguru. Der hat grad Double Jump gemacht. Hä? Warum hat die Lava nicht plat... Warum ist die nicht platziert? Das passiert auf das Mal. Ist halt Gomme. War's doch Techniker? Puh, so. Ne, Känguru. Als ob er Full Dia ist, Alter. Mann, warum gibt es kein Team in der Games, Alter? Gomme ist so behindert, Alter. Wie nice wär das denn bitte? Also, du gehst halt dann Farbe oder Bett grün oder irgendwas, wählst halt aus. Grün, was weiß ich, irgendein Wallblock. Und dann wirst du immer zu zweit geportet. An die gleiche Stelle. Ja, das wär schon geil. Ja. Wär mega geil. Und man kann den Gegner halt auch nicht schlagen oder so. Also, äh, den Gegner, den Mitspieler. Ja. Das wär halt echt nice, Mann. Übelst geil zum Aufnehmen. Ja, Mann, würd ich hart feiern. Okay, dann sind wir in der nächsten Runde, Leute. Mal schauen, ob's jetzt vielleicht was wird. So, bekommen wir erste Kiste. Zwei Dias, sehr schön. Was geht bei dir, Jona? Welches Kit? Was hast du tolles bekommen? Nochmal Baba. Okay. Und nichts hab ich bekommen. Obwohl ich eigentlich alles aus meiner Kiste bekommen hab. Manchmal, ich hab's letztens bei QSG übel oft, dass man so ne Kiste öffnet, dann wird einem im Inventar irgendwas angezeigt. Meistens ne Diahose. Ohhhh. Ich hab doch kein Baba. Ich hab fucking Holzfäller. Ah, lol. Die bugt einem dann halt instant weg. Yo, was ist dein Problem, du Bastard? Warum musst du mein scheiß Holz... Ja, wie kann man so asozial sein und von Leuten direkt wieder den Crafting Table abbauen? Halt einfach deine Fresse, oder? Alter. Ich find keine Kisten, ne? Ich find und find keine Kisten. Wenn soll er es wenigstens auf ne coole Art machen und mit den Schneebällen so wegtauschen, dass er die Items bekommt. Aber nein, er baut den Tisch ab. Wie kann man so asozial sein? Ah, ich hab ihn bekommen, du Dreckiger. Ich zerleg dich jetzt, Alter. Dich zerleg ich jetzt. Nuxus. Halt die Fresse, nein. Wir machen kein Team. Halt die Fresse. Hier, ich zeig dir mein tolles Holzschwert. Nein, kein Team. Ich bin zuerst dauernd, hinter mir ist einer. Ja, wir haben hier einen, der sich hochbaut. Das ist richtig geil. Tja, Nuxus. Wenn du mir meinst, du musst meinen Tisch abbauen, dann zerleg ich dich halt, du Dreckiger. First Kill ist am Start. Hier kommt direkt eine angespeedet. Den gönne ich mir auch. Second Kill ist am Start, Jona. Du Ehrenloser. Jo, der geht halt auf mich, ne. Versucht mich abzustauben. Klappt halt nicht, so würde ich behaupten. Äh, Pfeile. Ja, gut, bringen wir nicht. Ich hab keinen Bogen, ja. Ach, warte, hier kann man ja Pfeile werfen. Muss mal ganz kurz ausprobieren, ob ich so hochkomme. Ja, ne, fuck, so hochkommt man nicht. Scheiße, scheiße, scheiße. Vor allem das ist so ein Dreckiger, der hat sich auch noch direkt neben Lava platziert. Das heißt, wenn man Ultra Pech hat, schafft man's noch nicht mal sich zu retten. So. Sondern, äh, halt nur... Upp, okay, 90 Blöcke. Gut, jetzt mein Lava einmal weg. Ist nicht so geil, den hätt ich nämlich eigentlich gebrauchen können. Weil ohne den schaff ich nix. Ohne den komm ich zumindest nicht so weit. Lol, immer noch zwölf Spieler? Die gehen jetzt nicht so verarschen, jetzt find ich ne Kiste, ne? Und sie portet sich weg, bevor ich dran geh. Ja, ist immer so. Komm zu mir, ich hab vier Dias nochmal. Die würde ich dir überreichen wollen, gerne. Achso, man kann sich... Warte, ich hab noch Levelfläschchen. Oh, nice. Ganz kurz nix. Und da ist der Zaubertisch weg. Danke dafür, Iblali. Da ist er doch, der kleine Schlawiner. Was haben wir hier für... Das ist aber kein Ungeheuer oder so, ne? Ne, da ist die Border. Ja, okay, fuck, der macht mir Hard Damage. Das hätt ich nicht machen sollen. Komm bitte, game, tausch mich. Ich muss vor allem was essen. Äh, was zu essen? Karotte. Nein, nein, nein. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Ich muss mich im Wald verstecken. Oh, ich wurde getauscht. Danke, lieber Gott. Mit mir. Sorry, Jona. Was denn? Ja, weil dir ist halt jetzt so ein dreckiger Bastard. So ein, äh, wie heißt der? Ne? Genau. Ist das ein Ungeheuer? Ja, glaub schon. Also er hat zumindest Only-Bogen benutzt. Von der Rüstung könnte es auch passen. Ich bin mir grad nicht sicher. Ich kenn die Kids jetzt auch nicht auswendig halt, ne? Rüstung ist halt auch nicht so geil, ne? Ich find halt nicht wirklich was. Ach, scheiße, ey. Tolle Runde jetzt schon wieder. Ach, du bist down. Äh, lol. Äh, lol. Der hat dann einfach mal nichts gecheckt. Das find ich ziemlich geil. Checken wir mal ganz kurz. Dias sind am Start. Und noch mehr Dias sind am Start. Zehn Dias, Leute. Oh, shit. Nächster Spieler. Genug Blöcke weg. Das heißt, erstmal machen wir uns schnell... Ich... Alle meine Dias sind weg. Dieses verfickte Drecks-Game. Ich... Nee. Nee, 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 nee. Was ist denn los mit dir? Okay. Okay. Dafür. Als Strafe. Zerlege ich dich jetzt. So. Down. Nächster Spieler ist halt schon wieder direkt hier, ne? Trank der Heilung. Ja, halt. Das war ein Werfttrank. Danke dafür, dass ich das mitkriege. Okay. Nächster Spieler kommt näher. Da vorne ist er. Okay, okay. Hey. Was geht, mate? Braucht das hier auf der 2? Oh, da probiert jemand Lava zu setzen. Da probiert jemand Lava zu setzen. Komm her, komm. Auf, mate. Trau dich. Das traut er sich nicht, ne? Oh, da wurde ich getauscht. Scheiße, 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 scheiße. Nee, 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 nee. Lolololol. Ich bin dumm. Ich bin so dumm. Er brennt. Er brennt. Da ist die Map Border. Warte. Achtung. Ich mach jetzt den Trick. Ich mach jetzt den Trick. Okay. Das war blöd. Ich dachte, ich kann mich über ihn drüber katapultieren. Hat nicht so ganz funktioniert. Vorsichtig hier runter. Ohlalalala. Leute. Ich bin so blöd. Ich hab einfach grad so hart verkackt mein ganzes Leben. Und dieses Spiel noch dazu. Ja, scheiße, bringt nix die Kiste zu lupen. Muss lieber schauen, dass ich hier wegkomme von dem Dreckigen. Haben wir noch was zu essen? Haben wir noch was zur Heilung? Nee. Wervbare Trank der Schnelligkeit. Das kann noch ganz sinnvoll sein. Und zwar genau jetzt. Um mal ein bisschen wegzukommen von dem hier. Oh Gott. Ich wurde getauscht. Ja, okay. Der hat voll die Rüstung. Und ich bin dann wahrscheinlich down. Hier ist die Map Border. Ja, komm, alter Scheißspiel. Es war ein Techniker. Ja. Ich hab in der Runde meinen kompletten Dias verloren. Ey, das wär so ne schöne Runde geworden, ne? Jonah, lebst du noch? Ne. Ich hab die mega lags ab. Konnt die ganze Zeit auch nicht sagen, weil es eh sonst geleckt hätte. Naja, egal Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst trotzdem gerne einen Daumen nach oben da. Und nochmal vielen, vielen Dank an den lieben Daylogs, der mir nämlich das neue Intro gemacht hat. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr es findet. Lasst für ihn auf jeden Fall auch mal einen Daumen nach oben da. Sein Kanal ist unten im Schrank verlinkt. Checkt den ab. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Haut rein. Bis dahin. Bis dahin.